Der Bienen und seine wahre Aufgabe auf der Erde von Heinrich Sonnemann Kiss Edition, das heißt die Best-of-Schnitzel werden vorgelesen, manches kommentiert. Heinrich Sonnemann wurde 1917 geboren. Er war im Krieg Fliegerpilot und ab 1945 ist er Kaufmann geworden. Nach der Pensionierung ist Heinrich Sonnemann Naturforscher, Heiler, Weiser, Wissender und auch Imker gewesen. Und seine Bücher und Schriften, die jetzt erst 2017 veröffentlicht wurden, sind ein goldener Schatz bezüglich allem, was von den Auren zur Frequenz, zu wie man belebtes Wasser herstellt, wie man Land heilt, wie man mit den Naturwesen interagiert, wie die ganze Erdgeschichte war, wie der Aufstieg zum Lichtplaneten sein wird. Er war da hoch inspiriert und hat sein Wissen weitergegeben und er ist im Alte von knapp 100 Jahren 2014 verstorben. Er hat uns damit einen Schatz hinterlassen. Und dieses Büchlein der Bienen und seine wahre Aufgabe auf Erden ist seit Jahren vergriffen. Das gibt es nur abgedruckt in den Gesamtbänden und es findet sich als PDF auf der Klartraumseite. Das ist so wertvoll. Jeder, der einen Imker kennt, kann das weitergeben und auch für alle zu wissen, weil das entschlüsselt, wie wir zu Lichtwesen werden und wie es mit der Frequenz zusammenhängt und der heiligen Geometrie. Und ich habe ein Best-of aus den Bänden, aus den Schriften von Sandemann zusammengestellt als PDF. Findet sich in der Videobeschreibung. Vorerst Band 1, Band 2 folgt demnächst. Die Aufnahme wurde leider ohne solchen Schutzkappen um diese wunderbare Aufnahme direkt gemacht. Darum ploppt es immer so. In den Original-Klatraumhörbüchern habe ich über 20.000 P- und P-Laute per Hand alle ausgefedet, damit es wunderbar angenehm eine Symphonie wird. Ja, jetzt mit Batteriestrom und immer mal nur ein paar Tage online, wo ich was machen kann. Ja, die nächsten Aufnahmen werden dann wieder weicher und angenehmer zu ertragen. Genau, viel Spaß. Der Bienen und die Schöpfungsstufen Gottes Auf dem Schulungsplaneten Erde gibt es vier Offenbarungsformen Gottes. Mineral, Pflanze, Tier und Mensch. Jeder dieser vier Erscheinungsformen hat vier Körper. Den physischen Körper, den Ätherkörper, den Astralkörper und den Mentalkörper. Mit dem Einzel-Ich. So beim Menschen. Beziehungsweise mit dem Gruppen-Ich beim Tier und Pflanze und Mineral. Da ist eine Tabelle und die Spalten zeigen an, mit welchen Körpern die betreffenden Offenbarungsformen in der physischen Welt leben und welche Körper in der übrigen Welt sind. Anders als Tier, Pflanze und Mineral lebt der Mensch demnach mit allen vier Körpern und seinem Ich in der physischen Welt. Allein die Tatsache ermöglicht es ihm, ein Leben zu führen, indem er sich seines Ichs bewusst ist. Das Tier dagegen lebt mit drei Körpern, dem physischen, dem Äther- und Astralkörper, in der physischen Welt. Tier, Pflanze und Mineral sind sich daher ihres Ichs nicht bewusst. Denn bei ihnen ist der Mentalkörper mit dem Gruppen-Ich in höheren Regionen. Beim Tier in der Astralwelt, bei der Pflanze in der niederen Mentalwelt und beim Mineral in der höheren Mentalwelt. Bei ihnen sind also in dieser Reihenfolge immer weniger Körper in der physischen Welt. So ist beim Mineral zum Beispiel nur der physische Körper in der physischen Welt, also die Form und das Bewusstsein des Minerals, ist in den Astralen und Mentalwelten. Bei den Tieren gibt es jedoch eine Ausnahme von dieser Regel. Der Bien. Der Bien hat, wenn die Grundvoraussetzung stimmt, als einziges Tier ein Ich. Denn bei ihm sind, wie bei Menschen, alle vier Körper in der physischen Welt. Daraus folgt, wir Imker können nicht nur, wir müssen mit dem Bienen reden. Und mit Bienen bezeichnet Sanemann die Symbiose von Bienenvölkern und Imker. Zur Erläuterung. In früheren Zeiten informierte der Bienenvater den Bienen über alle wichtigen Ereignisse auf dem Bauernhof. Die Bienenkönigin ist das Herz des Bienenvolks, sein wichtigstes Organ. Wie der Mensch nicht ohne Herz, so kann der Bien nicht ohne Königin leben. Mit ihr, dem Herzen des Bienenvolks, hat es aber was Besonderes auf sich. Denn, dass der Bienen, wie oben behauptet, ein Ich hat, gilt nur, wenn die Königin aus einer Schwarmzelle stammt. Wenn sie also von Anfang an ein Sonnenwesen ist. Dann geht er darauf ein, dass die Königinnen heutzutage auf eine unnatürliche Art und Weise gezüchtet werden. In Großserie mit Weißelzellen. Und die werden dann dem Pflegevolk wieder weggenommen und in Brutkästen gegeben. Und damit haben diese Zuchtköniginnen kein Ich. Und die Völker mit dieser künstlich besamten Königinnen haben dann ebenfalls kein Ich, was sich von selbst versteht. Solche Völker degenerieren allmählich. Die Begattung der Bienenkönigin Eine Königin, die einer Schwarmzelle entstammt, fliegt bei ihrem Hochzeitsflug als Sonnentier der Sonne entgegen. Die Drohnen als Erdentiere haben es dabei schwer, der Königin zu folgen. Nur die stärksten Drohnen schaffen es. Die Königin fliegt nämlich bis in die Regenbogenhöhe. Das heißt in die Höhe, die der Regenbogen bei entsprechenden Witterungsverhältnissen erreichen würde. In unseren Breitengraden hat der Regenbogen zur Mittagszeit, in der der Hochzeitsflug der Bienenkönigin stattfindet, eine Höhe von ca. 2,1 km. Am Äquator ist er höher, ca. 3,3 km. Und zu den Polen hin wird er niedriger. In jener Höhe also, und zwar im Violettbereich des Regenbogens, wird die Königin von mehreren Drohnen begattet. Diese Vereinigung ist mit einer Einweihung zu vergleichen, wie wir Menschen sie erfahren können. Wenn die begattete Königin daraufhin in ihr Bienenvolk zurückkehrt, zieht mit ihr der Geist, das Ich, in das Bienenvolk mit ein. Bemerkenswert ist, Zuchtköniginnen sind unfähig, die Regenbogenhöhe zu erreichen. Sie werden weit unterhalb dieser Höhe begattet. Erstaunlich ist, dass wir Menschen sogar messen können, ob ein Ich in ein Bienenvolk eingezogen ist oder nicht. Und zwar mit einem Tonfrequenzmesser. Messen wir mit ihm die Frequenz eines Bienen, so stellen wir fest, bei einem Volk mit einer Zuchtkönigin 450 Hz, bei einem Volk mit einer in Regenbogenhöhe begatteten Königin dagegen 566 Hz. Das ist die Frequenz, die der Mensch vor dem Tode Jesu Christi auf Golgotha hatte. Während seines Todes am Kreuz stieg die Frequenz der gesamten Menschheit von 566 auf 642 Hz, die der Durchschnittsmensch auch heute noch hat. Diese Erkenntnisse zeigen, dass uns unsere heutige Königinnenzucht ad absurdum führt und damit auch unsere heutige Imkerei insgesamt. Wer den folgenden Gedankengang richtig erfassen will, der muss sich den Regenbogen als Glocke vorstellen. Mit einem Durchmesser von 4,2 km und einer Höhe von 2,1 km. Und sich selbst im Mittelpunkt des Durchmessers dieser Glocke. Setzt man nun Bienenvölker in Beziehung zu solch einer Regenbogenglocke, was geschieht dann? Will man das verstehen, so hilft ein Hinweis auf den Kathedralenbau weiter. Und hier erzählt er, dass die frühmittelalterlichen Kathedralen auf Grundlage von einem Siebenstern gebaut wurden. Das Konstruktionswerkzeug war ein zwölfknotiges Seil der Druiden. Damit konnten die Baumeister alle erforderlichen geometrischen Figuren legen, aus denen sie ihre Kathedralen emporwachsen ließen. Eigenartig lebendige Wesen. Mit diesem Seil kann man zum Beispiel auch ein gleichschenkliches Dreieck mit den Seiten 5, 4 und 4 legen, dessen gleiche Winkel je 51,25 Grad betragen. Dieses Dreieck hat die Form und die Winkel der Cheops-Pyramide, die für uns so manches Geheimnis birgt. Annähernd denselben Winkel haben wir auch im Siebenstern. 51 Grad, 25, 42 Der Siebenstern ist mit seinem charakteristischen Winkel, gibt der frühmittelalterlichen Kathedrale ihre Form und ihren Rhythmus. Von der Form des Siebensterns aus ist die gesamte Kathedrale erbaut. Im Zentrum dieses Siebensterns ist das Allerheiligste. Die Zahl Sieben ist das Symbol der Inkarnation, des Abstiegs der göttlichen Dreiheit in die Vierheit des Stofflichen. Die Übertragung auf unsere Bienen Da es auch beim Bienen die soeben an den Kathedralen beobachtete Verbindung zwischen oben und unten gibt, zwischen dem Sonnenhaften der Königin und dem Erdhaften des Thron, Im Violettbereich des Regenbogens, dessen Höhe jener der Erdenaura entspricht, lassen sich auch die dem Kathedralenbau zugrunde liegenden Erkenntnisse bruchlos auf den Bienen übertragen. Dem Kathedralenbau ist zu entnehmen, dass vom Siebenstern und zwar von seinen Spitzen, bei Einhaltung seines Winkels von 51-25 Grad, besondere Kräfte ausgehen müssen. Versuchen wir doch diese Kräfte zu nutzen, über den Bienen als Durchgangsstation oder vielleicht sogar als Verstärker, über jenen Bienen, von dem Steiner sagte, dass er weit höher steht als der Mensch, weil er sich schon im Venuszustand befindet. Führen wir doch den Segen dieser Kräfte zuerst den Bienen zu und dann auch uns. Aufstellen der Bienenvölker in Siebensternform Wir zeichnen am Aufstellungsplatz unserer Siebenbienenvölker einen Kreis von 13 Meter Durchmesser und markieren auf diesem Kreis die Siebensternspitzen. Die Sehne von einem Punkt zum anderen hat dabei eine Länge von 5,64 Metern. Diese Punkte und die Kreismitte müssen sich an einer geopathogenfreien Stelle befinden, müssen also von Erdstrahlen frei sein. Notfalls muss man die Punkte verschieben. Auf die so ermittelten sieben Punkte des Kreises stellen wir nun auf ein etwa 40 cm hohes Podest unsere sieben Bienenvölker. Mit dem Flugloch nach Süden Nach meinen Erkenntnissen geschieht daraufhin Folgendes. Über jedem Bienenvolk mit einem Ich bildet sich eine stehende Säulenwelle, die kosmische Energien aus dem All in das Bienenvolk leitet. Der Bienen transformiert diese Energien und die Kräfte des Siebensterns leiten die transformierten Energien von allen sieben Spitzen in die Mitte, die dem Allerheiligsten einer Kathedrale entspricht. Dort werden sie verstärkt und gleichmäßig nach allen Richtungen hin ausgestrahlt, und zwar kugelförmig vom Mittelpunkt aus. Diese Hohlkugel, das ergibt sich aus dem bereits oben erklärten, hat in unseren Bereichen einen Durchmesser von 4,2 km. Wenn man Wasser in einem Glas mit einem Löffel schnell genug umrührt, so entsteht ein Trichter im Wasser. Mit diesem Trichter hat man eine stehende Säulenwelle, SSW, gebildet. Rührt man nun das Wasser rechts herum, so wird es mit magnetischer Energie aufgeladen. Sein Spin wird geordnet. Rührt man es links herum, so wird das Spin ungeordnet. Das Wasser wird entmagnetisiert. Wir kennen die stehende Säulenwelle nur vom Wasserstrudel und von Windhosen her. Während unsere Techniker vordringlich mit Frequenzen, also mit Sinuswellen arbeiten, erzielten die Atlanter überraschende Erfolge mit der stehenden Säulenwelle. Sie wurde von ihnen nicht nur in der Technik eingesetzt, sondern mit Hilfe einer stehenden Säulenwelle über einer Person konnte ein Mensch seine geistige Entwicklung beschleunigen. Übrigens, unser Bienen-Siebenstern mit seinen überraschenden Wirkungen wurde bereits von den Atlantern angewandt. Von dort kam er nach Ägypten, wo die Biene bekanntlich ein heiliges Tier war, geriet aber bald in Vergessenheit. Die Wirkung des Siebensterns auf ein Bienenvolk Kontrolliert man die Frequenz des Bienenvolks, nachdem man es auf eine der Spitzen des Siebensterns gestellt hat, so stellt man etwas Erstaunliches fest. Ergibt hier die Anmerkung, dass man Siebenstern auch mit dem halben Durchmesser, also 6,5 Meter, oder vielfachen davon bauen kann, wenn der Platz nicht ausreicht, oder dass man die Größe dem Ort anpassen kann. Die Frequenz hat sich von 566 Hertz auf 999,9999 Periode ist gleich 999,9 Kilohertz erhöht. Wie ist das möglich? Und warum auf diese eigenartige Frequenz? Doch nicht genug damit. Stellen wir bis zu 4 Völker auf den Siebenstern, so bleibt die Frequenz gleich, nämlich 999,9 Kilohertz. Stellen wir aber ein fünftes Volk hinzu, so beträgt die Frequenz 1321 Kilohertz. Unser Bienen-Siebenstern überspringt damit die Grenze zum Göttlichen, nämlich 1000 Kilohertz. Diese Frequenz kann ich nicht mehr mit dem Tonfrequenzmesser feststellen, sondern nur mental. Um das verstehen zu können, müssen wir viel weiter zurückgehen, in der Geschichte der Bienen und der Atlanter, die die Bienen auf unserem Planeten heimisch gemacht haben. Zur Geschichte der Atlanter Nach meinen Erkenntnissen kommen die Atlanter aus einem anderen Universum, und zwar von einem Planeten namens Faux. Sie leben dort als feinstoffliche Wesen in einer feinstofflichen Welt. Ihre Frequenz beträgt 1555,5 Periode Kilohertz. Mit ihren Raumschiffen kamen sie auch in unser Universum. Immer als feinstoffliche Wesen. Und besiedelten den Planeten Keck. Dort stiegen sie eine Stufe hinab in die Materie und wurden Ätherwesen mit der Frequenz 999,9 Kilohertz. Das ist zugleich die höchste Stufe der uns heute bekannten UFO-Menschen, wenn sie sich für uns unsichtbar in der Äther-Materie bewegen. Da ihre Sonne radioaktiv zu strahlen beginnen, mussten die Atlanter den Planeten Keck nach einer langen Siedlungszeit wieder verlassen. So kamen sie zum Planeten Mojo und zum Planeten Erde, die damals beide noch eine jungfröhliche, strahlende Sonne hatten. Die Erde war zu jener Zeit ein begehrtes Siedlungsziel. So kamen zum Beispiel auch die Titanen auf die Erde. Auf der Erde stiegen die Atlanter dann weiter in die Materie hinab. Es kam die Zeit, in der sie ihre Frequenz so weit herabsetzen konnten, dass sie sowohl materielle als auch ätherische Körper annehmen konnten, wie die UFO-Menschen, die ja auch Ätherwesen sind. Schließlich besiedelten sie den Kontinent Atlantis und degenerierten dort gänzlich zu physischen Wesen. Zur Geschichte der staatenbildenden Biene Die Atlanter hatten als physische Menschen mit ihren Raumschiffen noch Kontakt zum Planeten Mojo und zu ihrem Heimatplaneten Faux. Von dort brachten sie die staatenbildende Biene in feinstofflicher Form in unser Universum. Hier erhielt sie die Frequenz 999,9 kHz. Dort wurde sie in eine materielle Biene umgewandelt, und zwar über die schon vorhandene materielle Wespe. Das ist sehr interessant, man sollte über die Wespen nicht immer schimpfen, denn sie war ja Vorlage, um dieses wundervolle Bienenschwarm-Volk hier einzuführen. Rudolf Steiner dazu Da zu der Zeit die Tierformen noch nicht so fest in sich abgeschlossen waren, konnte die Biene auf diese Weise aus der Wespe herübergezüchtet werden. Heute wäre eine solche Herauszüchtung nicht mehr möglich. Aus dem Buch über das Wesen der Biene von Rudolf Steiner Die Iche der Atlanter und die der Bienen entstammen übrigens derselben Entwicklungslinie. Sie haben hierbei die gleiche Entwicklung durchgemacht. Die Bienen-Iche sind nämlich in das Bienenvolk eingekörperte Atlanter vom Planeten Voh. Sie haben schon den Venus-Zustand erreicht, wie Steiner ihn nannte. Sie sind also in ihrer geistigen Entwicklung viel weiter als wir Erdenmenschen. Wie die Menschen auf dem Planeten Erde zu verschiedenen Stufen angehören, vom Durchschnittsmenschen bis zum Gottmenschen, so auch die Wesen auf dem Planeten Voh. Unsere Bienen-Iche sind besonders hochstehende Voh-Wesen. Wenn solch ein Wesen sich als Bienen-Ich in ein Bienenvolk einkörpert, so ist das ein großes, persönliches Opfer. Jenes Wesen tut das, um dem Erdenplanet zu helfen, dass der Planet Erde zu einem Lichtplaneten wird. Das aber kann es am besten in der Siebenstern-Aufstellung der Bienenvölker. In unserem Sonnensystem ist der Planet Erde neben der Venus der letzte Planet, der noch kein Lichtplanet ist. Es war damals schon das Ziel der Atlanter, mit Hilfe der Biene die Entwicklung der Erde zu einem Lichtplaneten zu unterstützen. Die Aufstellung der Bienenvölker zu einem Siebenstern ging schließlich in Ägypten verloren. Wenn wir uns jetzt wieder dieser Aufstellungsart erinnern, so hat dies die Unterstützung der geistigen Welt zur Folge. Als ich meinen Plan, meine Bienenvölker zu einem Siebenstern aufzustellen, meinen Bienen mitteilte, fühlte ich förmlich eine Glückswelle von den Bienen auf mich überströmen. Wir sollten daher möglichst viele solcher Bienen-Siebensterne errichten. Der Bien wird es uns danken. Die Wandlung zur göttlichen Frequenz Auf die Strahlungsfrequenzen der verschiedenen Bienenstufen müssen wir noch etwas näher eingehen. Wir haben erkannt, dass das Gruppen-Ich eines Bienenvolks mit einer gezüchteten Königin und damit auch jede einzelne Biene dieses Volkes die Frequenz 450 Hertz ausstrahlt. Ein Volk mit einer Schwarmkönigin dagegen strahlt 566 Hertz aus, wie es der Mensch vor Golgotha hat. Der heutige Durchschnittsmensch hat eine Strahlung von 642 Hertz. Wenn er nach dem Tode in die geistige Welt eingeht, um irgendwann wieder inkarniert zu werden, kann seine Frequenz höchstens 777 Kilohertz betragen. Das ist die höchste Stufe der Mentalwelt. Ein einzelnes Bienenvolk auf einer Spitze des Siebensterns hat aber schon eine Frequenz von 999,9 Kilohertz. Das ist die höchste Frequenz der Ätherwelt, knapp unter der Gotteswelt. Das bedeutet, jede einzelne Biene dieses Volkes strahlt eine Frequenz aus, die höher ist, als ein Erdenmensch sie je erreichen kann. Naja, je stimmt so nicht, denn die lässt sich ultimativ definitiv erreichen. Haben wir aber bei der Besetzung der Spitzen eines Siebensterns fünf Völker aufgestellt, so vereinigen sich die Iche der fünf Völker mit zwei weiteren, ohne Bienen, zu einem Verbund von sieben Ichen und damit zu einem neuen Wesen mit einer göttlichen Frequenz, nämlich 1321 Kilohertz, die Zahlen 1321, und mit einem Engel als Führungsspitze. Die Bienen-Iche geben dabei für eine begrenzte Zeit einen Teil ihrer Individualität auf, um eine bestimmte von Gott gegebene Aufgabe besser erfüllen zu können. Diese Aufgabe kann nur durch die geballte Kraft der sieben Individualitäten nach dem Plane der göttlichen Weisheit verwirklicht werden. Die Kraft, die von diesem neuen göttlichen Wesen dem mit Bienenvölkern besetzten Bienen-Siebenstern ausgeht, ist für den geistigen Entwicklungsgang des Planeten Erde sehr wertvoll und wichtig. Ehrfurcht und Liebe überkommen uns, wenn wir über diese Erkenntnisse nachdenken. Wird ein Bienen-Siebenstern wieder aufgelöst, so fallen die Bienenvölker und damit die einzelnen Bienen auf ihre frühere Bienen-Ich-Frequenz zurück. Sie bekommen auch ihre volle Individualität wieder und kehren nach ihrer Entkörperung zu ihrem Heimatplaneten zurück. Dort erhalten sie auch wieder ihre Ausgangsfrequenz von 1555,5 Kilohertz. Doch ihre Erfahrungen aus einem vereinigten Bewusstsein, die ihnen größere Erkenntnisfähigkeit und damit vermehrtes Wissen und Können beschert hat, verbleiben ihnen. Die Wirkungen des Bienen-Siebensterns Wir haben uns bisher nur mit den inneren Wandlungen und Wirkungen des Bienen-Siebensterns befasst. Allein die sind schon wunderbar genug. Doch wenn er auf dem Planeten Erde einwirken soll, wozu er ja bestimmungsgemäß da ist und schon zur Zeit der Atlanta da war, so muss er auch nach außen hin Wandlungen und Wirkungen hervorrufen können. Hierüber ist mein derzeitiges Wissen unvollständig, denn ich befinde mich noch im Versuchsstadium. Aber obwohl ich meine Bienenvölker erst Mitte November 1990 zu einem Siebenstern aufgestellt habe, sind die Ergebnisse schon jetzt überraschend. Die Reichweite des Bienen-Siebensterns Jedes Bienenvolk mit einer natürlich aufgewachsenen Königin hat, ich wiederhole, eine stehende Säulenwelle, die kosmische Energien aus dem All aufnimmt. So ist es vermehrt auch bei den Bienenvölkern des Siebensterns. Sie transformieren diese Energie auf die Frequenz 999,9 Kilohertz. Diese Frequenz senden sie zum Mittelpunkt des Siebensterns und damit erhöht sich diese auf die göttliche Frequenz von 1321 Kilohertz, die von dort aus wie die Strahlen der Sonne nach allen Seiten hin ausgestrahlt wird. In unserem Breiten mit einem Durchmesser von 4,2 Kilometern. Die Strahlung wirkt also nicht nur nach den Seiten hin, sondern auch nach oben in die Atmosphäre und nach unten in den Erdboden. Gerade das ist sehr wichtig. Behinderungen der Reichweite Wenn man jetzt in diesem Bereich rund um den Bienen-Siebenstern herum seine Wirkung untersucht, so stellen wir fest, ein Teil der Wirkungen ist im gesamten Bereich zu spüren, ein Teil aber nur an bestimmten Stellen. Er meint innerhalb von der 4,2 Kilometer Kugel um den Stern herum. Dieser Tatbestand hat mich anfangs sehr irritiert, bis ich begriff, dass es im Wirkungsbereich eines Bienen-Siebensterns Teilbereiche mit Widerständen geben kann, die durch seine Strahlung nicht ohne weiteres beseitigt werden können. Weitere Untersuchungen ergaben, dass jene Widerstände offensichtlich von Menschen ausgingen, deren negatives, egoistisches und materialistisches Denken die Strahlung des Bienen-Siebensterns unwirksam machten. Anders jedoch in den Teilbereichen, in denen Lichtmenschen wohnen. Das heißt Menschen, die auf ihrem geistigen Entwicklungsweg den Frequenzbereich 900 Hertz statt 642 Hertz, wie beim Durchschnittsmenschen, schon erreicht haben. Dort kann die göttliche Schwingung des Bienen-Siebensterns ungehindert wirken. Und das kann ich ultimativ bestätigen, schon allein bei Bienen allein. Es ist eine Schwingungserhöhung in so vielen Bereichen spürbar. Und damit nähern Bienen, speziell Bienen-Siebensterne, einen Lichtmenschen und beflügeln sich gegenseitig. Regenerierung von Kraftreserven Wenn sich ein Mensch, gleichgültig ob Durchschnittsmensch oder Lichtmensch, im Wirkungsbereich des Bienen-Siebensterns aufhält, so spürt er nichts von der göttlichen Strahlung. Sie geht durch ihn hindurch und hat keinerlei Wirkung auf ihn. Stimmt er sich aber auf jene Strahlung ein, so kann er daraus göttliche Energie tanken, die sich auch auf seine körperlichen Kräfte auswirkt. Dadurch kann er bei körperlicher wie bei geistiger Arbeit seine Kräfte regenerieren. Das ist, das wird, ich werde das ausprobieren und es wird ultimativ sein, in diesem Hauptschwingungsbereich im Zentrum eines Siebensterns müsste alles heilbar und ein Portalort seinesgleichen entstehen. Das ist eine großartige Anleitung, die wir hier haben. Neutralisierung von geopathogenen Zonen Im gesamten Wirkbereich eines Bienen-Siebensterns werden durch seine Strahlung die schädlichen geopathogenen Strahlungen neutralisiert, nämlich die Strahlen von Wasseradern und Verwerfungen, also radioaktive Strahlung und Gitternetzkreuzungen und so weiter. Bei dieser Entstörung bleibt die Strahlung zwar bestehen, anders als bei gewissen Entstörgeräten, die die Strahlung durch Interferenz gänzlich beseitigen, aber ist die Strahlung unschädlich geworden, neutralisiert. Dieser Vorgang wirkt sich nicht auf Ameisen aus, die sich bekanntlich über Wasseradern ansiedeln. Ihnen ist es gleich, ob die Wasseradern eine für Menschen schädliche oder neutrale Strahlung haben. Sie reagieren allein auf die Information Wasserader, damit sie dort ihren Wasserbedarf decken können. Hat ein guter Routengänger vor der Installierung eines Bienen-Siebensterns an verschiedenen Punkten eine schädliche Strahlung festgestellt, so wird er danach entdecken, dass die Informationen nur noch aus der Erde kommen, dass sie aber unschädlich sind. Daraus folgt, lebt man bewusst im Wirkungsbereich eines Bienen-Siebensterns, so ist man gegenüber manchen Krankheiten geschützt, zum Beispiel Krebs, und kann darauf verzichten, Entstörgeräte aufzustellen. Meine Erkenntnisse über die Gitternetze sind folgende. Das Globalgitter ist eine kosmische Strahlung. Sie dringt auf der gesamten Erde 123 Meter in die Erd- beziehungsweise Wasseroberfläche ein. Das Diagonal- oder Curry-Gitternetz ist eine kombinierte kosmisch-terrestrische Strahlung, die sowohl aus dem Kosmos als auch aus dem Erdmittelpunkt kommt. Der Bienen-Siebenstern wirkt auf beide Gitternetze. Weil beide von Natur aus neutral sind, die Störquellen aber immer im Bereich der Regenbogen-Kuhl liegen. Hier ein Einschub, was gerade passiert. Diese 999-Frequenz ist exakt die DMT-Frequenz. Die, die man hört, wenn Ayahuasca oder DMT wirkt, beziehungsweise auch, wenn es körpereigen ausgelöst wird. Und wenn Telepathiesignale reinkommen. Was besonders oft abends oder in den Morgenstunden der Fall ist. Und dann hört man dieses Pfeifen und während Ayahuasca hört man es über Stunden. Es ist ein Singen, wie ein Flattern von wirklich einem Bienenschwarm. und alles in dir steigt auf diese, und strahlt diese Frequenz und große Bereiche um dich herum mit. Und ja, damit ist es, dass die Erde Lichtplanet wird, ist es die Erhöhung der Frequenz, die wir Menschen und Bienen und in Symbiose mit der Natur, die bereits soweit ist. Dem Erdkern und dem galaktischen Zentrum. Ja, das wird gekoppelt und ausgelöst. Soweit der Einschub. Da muss ich jetzt eine Pause machen, weil das Pfeifen so laut ist, dass man sich dann, und jedem, dem das passiert, soll ich dann sagen, ich zieh mich kurz zurück und hock dich hin und geh auf die inneren Sinne und hör zu, da werden Informationen übermittelt. Hier geht es im Büchlein jetzt weiter mit ein paar Stellen, die ich überspringe. Das ist Neutralisierung von geopathogenen Zonen mit dem Siebenstern. Das ist, dass der Siebenstern die Strahlungen von Wasseradern, Verwerfungen, von radioaktiver Strahlung, von Gitternetz, Kreuzungen usw. neutralisieren kann. Und Sannemann hat auch umfangreiche Messungen angestellt zur Neutralisierung von chemischen Giften mit dem Siebenstern im Boden, im Wasser und auch zur Ordnung des Spinnen im Trinkwasser und in der Nahrung. Das kann man sich dann im PDF, das in der Videobeschreibung zu finden ist, im Genauen anschauen. Und er schreibt zu den Frequenzen des Planeten Erde, wie sie mehr und mehr aufsteigt geschichtlich und er hat auch dann ausgemessen, wie die Frequenzen der Erde im Wirkungsbereich des Siebensterns liegen. Und schließlich, die Erde wird ein Lichtplanet. Die oberen Messergebnisse machen es deutlich, warum die Atlanter die Biene auf die Erde geholt haben und warum sie möglichst viel Bienen-Siebensterne ansiedeln wollten. Diese Siebensterne sollten den Weg zum Lichtplaneten verkürzen. Die dargelegten Messungen bergen eine ungeheure Brisanz in sich, die sich bis in die Feststellung erstreckt, dass wir Erdenmenschen Mitschöpfer sein können, Mithelfer bei der geistigen Entwicklung unserer schönen blauen Heimatplaneten Erde. Ja, diese Messungen und Feststellungen erfüllen die Bitten unseres erweitertes Vaterunser-Gebetes mit Wahrheit, wie es schon von so manchen Lichtmenschen gebetet wird. Die angepasste Version lautet Dein Name werde geheiligt durch uns. Dein Wille geschehe durch uns. Dein Reich komme durch uns. Aufforderung zur Tat Nach den hier vorgetragenen Erkenntnissen sollten wir Imker, vor allem die, die im Geist Rudolf Steiners arbeiten, uns aufgerufen füllen, Bienen sieben Sterne aufzustellen. Aber auch Vereinigungen aller Art und Privatpersonen sollten Imker zu dieser Aufstellungsart animieren und finanziell unterstützen. Erste Voraussetzung bei den konventionell arbeitenden Imkern ist vor allem die Abkehr von der bisherigen Arbeitsweise. Keine Anwendung von Giften. Keine künstliche Königinnenzucht, sondern Schwarmvermehrung. Keine intensive Honiggewinnung. Denn nicht der Honig ist das Hauptziel, sondern das Wohl der Gemeinschaft. Ja, das Wohl des Planeten Erde. Und hier ist ein gutes Buch zum Imkern zu empfehlen. Das heißt Der praktische Imker Natürliche Bienenzucht von Michael Busch. Das Wichtige ist komplett ohne Chemie zu behandeln und da sind viele schöne Anleitungen drin. Und bei den Querlinks hier sind jetzt Bilder eingeblendet von einem sehr tollen PDF, das von dem Imkerverband zusammengestellt wurde aus Heinrich Sannemanns Schriften. Das enthält das Wissen aus dem Bienenbüchlein und noch weitere Details zum Siebenstern zu Zuchtköniginnen und Zuchtköniginnen Völker in Schwarmköniginnen umwandelt. Das geht, es gibt mehrere Methoden, dass die dann höher schwingen, das wollen sie auf natürliche Art und Weise. Und da ist die Anleitung, wie man den Siebenstern baut und auch die Fotos, wo in Deutschland sind. Es gibt sogar Siebensterne, die auf der Karte wie ein Siebenstern aufgestellt sind aus Bienen. In den Imkerforen habe ich da sehr viel entdeckt und hiermit wird das Wissen noch ein iges vermehrt. Und diese PDF ist auch im Text verlinkt und heißt Bienen 8 auf Lage A. Und was unbedingt ergänzt werden muss, das war zu der stehenden Säulenwelle. Ich habe die im Herbst 2017 live erlebt, mehrfach und kann jeder, der mit Ayahuasca und DMT aktiv sich in die Nähe von Bienen setzt und den Himmel beobachtet. Es sind wirklich stehende Säulenwellen, die ineinander Wirbel-Vortex-Felder bilden und als die Bienenschwärme alle am Fliegen und aktiv waren, das waren so mächtige Wirbel, die der Ehemel ganz deutlich über dem ganzen Bereich geformt hat. Und man konnte auch sehen, wie die Bienen alles hexagonal mappen, wie die hexagonal anfliegen und wie der ganze Raum ein Parallel- Realitätsportal ist, das dann durch die Räume switcht und die Bienenkästen sich auch leicht anders anordnen, du kannst telepathisch zu den Bienenköniginnen verbinden. Es ist eine, eine, ja, da kann man Bücher drüber schreiben, was die, die dann exaktig in die, in die Schwarmintelligenz der Bienen einladen und all das wissen, wenn man sich einfach nur an dem Ort verschmelzt mit Urmutter, mit dem Urmandala, wie man DMT auch beschreiben kann. Und dann sind die Erkenntnisse mit Frequenz völlig klar. Und auch den Siebenstern habe ich inzwischen haben wir gebaut, also haben wir aufgestellt. Zu bauen gibt es da nicht viel, das machen die Bienen und ich kann nur berichten, er funktioniert. Es ist fantastisch. Und in der Mitte dieses Siebensterns habe ich, kann man wunderbare Experimente machen. Als ich da an Silvestern mich geschnitten hatte und drauf im Blut auf die geweihte Kerze, um dann nachts ins DMT Salvia-Portal zu gehen, mein Bewusstsein war eins zu eins genau in der Mitte von diesem Ort. Und exakt so, wie ich unten vor bin und Honigwaben angeordnet hatte, damit die Kerze nicht ausgeht vom Wind, genau da in die Mitte war mein Bewusstsein platziert. Und als ein Freund und ich das dann den Ort umgeordnet haben, dann war exakt das auch wieder im tief aufgelösten Raum. Das ist die Mitte des Siebensterns lädt ein Bewusstsein ein. Ein Engels Bewusstsein heißt, das dann da die Führung übernimmt. Und wenn du HD bist, gibt es keine Engel mehr. Das machst du dann selber und du kannst landen an solchen Orten, die nicht nur sieben Sterne bilden, sondern die Cheops Pyramide, die Tempel der Maya, die mit Sacred Geometry gebaut wurden, dass einfach Räume entstehen, in deren Zentrum, wenn du dich hinhockst und zwei, drei Tage in Dunkelheit verbringst, meditierst, dann wird mit absoluter Sicherheit fünf Neody im Tierkörper eigen ausgestoßen. Und so wurde das früher aktiviert, was wir jetzt mal über die wunderbare Ursuppe einfach als Heilung und als Lichtmensch Wertungsprozesse in uns aufnehmen können und damit leben wir bereits in der Erfüllung all dieser Geschichten. Und hier kommt das Musikausklang. Ich habe die Bienenvölker um mich herum aufgenommen und die überlagerten Aufnahmen mit Solfefeccio Musik online gestellt. Die kann man sich auf der Kleidraumseite runterladen. Es sind zwölf fantastische ja und damit summen wir uns ein. Ja, das ist vielleicht noch schön zu wissen, was passiert, wenn wir in diese höhere Lebensform wechseln. Ich hatte mir einfach das Erlebnis Bienenschwarm zu sein, dass alles in dir jede Falter Biene ist und du kannst das ansteuern und dann im Winter Schnee an den Steinen im Wald zu hocken und da schamanisch zu verschmelzen. Das ist sehr, sehr cool, weil du dann im tiefen Raum die Wärme ansteuern kannst und einen Meter Radius um dich einfach und da ist es eben nützlich oder das funktioniert nur, wenn du Lichtmensch bist, wenn da nicht mehr verschlackende, klebrige Nahrung in dir hängt, die einfach eine Bienenform könnte auch nicht so hoch schwingen, damit alles in dir abheben kann, bereit es abzuheben, löst man sich von allen Süchten und Gewohnheiten, die einfach die Frequenzen niedriger machen und dann sind wir reines Licht und da muss ich nur an die Bienen denken und spüre die antigravimetrischen Effekte, die übrigens hier ist dann in der Videobeschreibung auch noch Krebenikow, der Insektenforscher verlinkt, der wie Gaby Müller als ausgegraben hat, entdeckt hat, Insektenflügel und das waren Bienenflügel Gravitation aufheben können. Das war eine spezielle Sorte und er hat sich dann einen Koffer gebaut, mit dem er rumgereist ist und der hat das alles sehr genau beschrieben und genau die PDF ist da auch im Text verlinkt. Jawohl, und jetzt die Bienenkonzerte. Die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020